Bist du traurig? Einsam? Verschmäht? Ein Außenseiter? Wirst du in der Schule gemobbt oder machst du gerade eine Scheidung durch, die du nicht zu verantworten hast? Hat sich dein Leben so sehr verfinstert, dass du den Himmel nicht mehr sehen kannst? Umschließen dich die Nächte wie eine Schlinge? Denkst du darüber nach, all das einfach zu beenden? Wenn eine oder sogar mehrere dieser Sachen zutreffen, macht es dich wütend? Hat die schmerzhafte Ungerechtigkeit einen Zorn tief in deinem Inneren entfacht? Würdest du am liebsten um dich schlagen und die Person, die Schuld an all dem sind, all ihre Taten bereuen lassen? Wünschst du dir, sie bluten und schreien und leiden zu sehen, so wie auch du gelitten hast? Weißt du, unsere Welt ist weitaus geheimnisvoller, als manch einer glauben mag. Auf jeden wissenschaftlichen Durchbruch fallen nach wie vor fünf Anomalien, die man sich mit rationalem Denken nicht erklären kann. Unter der Fassade von Industrie und Glückseligkeit verbergen sich Schatten, die weitaus tiefer, älter und unnatürlicher sind, als man erklären könnte. Es gibt Dinge, die durch die Nacht stürmen. Es gibt Monster und Biester mit scharfen Zähnen und einem Hunger nach Kindern. Und ganz gewiss gibt es auch Methoden, um an Kräften und Einfluss zu gewinnen, die von normalen Menschen abgelehnt oder als albern abgestempelt werden. Alte Riten, antike Flüche und Rituale, die zu ihrer Zeit verboten waren. All jene funktionieren. All jene können Türen öffnen. Türen zu unermesslichem Reichtum, gewaltigem Wissen und unvorstellbarer Kraft. Sie sind in Vergessenheit geraten. Doch glaube nicht, dass die Wesen, welche diese Rufe zu Zeiten, als die Welt noch düster gewesen ist, beantwortet haben, es nicht heute auch tun würden, wenn sie richtig gerufen werden und ihnen der nötige Respekt gezollt wird. Ich kenne ein Ritual. Eines, welches in keinen modernen Texten beschrieben steht. Ein Ritual, welches den Geknechteten und Zornigen erlaubt, das zu werden, was andere fürchten. Folgendes wirst du brauchen. Einen silbernen Spiegel. Drei Silbernadeln. Eine Pfeile. Einen verrottenden Tierkadaver. Vorzugsweise eine Katze oder ein Vogel. Einen Krug voll Tinte. Und den Willen, alles zu tun, um deinen Zorn zu sättigen. Das Ritual muss an einem einsamen Ort durchgeführt werden. Denn was du vorhast, wäre in der Öffentlichkeit nicht gerne gesehen. Platziere zuerst den Spiegel an der Wand, die dir gegenüberliegt. Gehe sicher, dass du so nah dran stehst, dass du wirklich jeden Zentimeter deines Gesichts erkennen kannst. Lege, sobald der Spiegel platziert ist, die Pfeile, die Nadeln, die Tinte und den Kadaver in Reichweite. Starre dich dann im Spiegel an und konzentriere all deinen Hass, bis er hinter deinen Augen brennt und deine Haut rot verfärbt. Du musst dich in einem Zustand des absoluten Zorns befinden. Sonst werden die Taten, die Folgen, die ungesehenen Kreaturen um dich herum nicht beschwichtigen können. Nehme den Tintenkrug und kippe ihn über deinen Körper. Bedecke so viel Haut, wie du nur kannst. Versuche, die verschüttete Tinte aufzusammeln und schmiere auch sie auf deinen Körper. Nehme als nächstes den Kadaver und reiße mit bloßen Händen so viel Fleisch, wie nur möglich, davon ab. Das Fleisch sollte faulig und von Maden durchzogen sein. Versuche, so viele der Flüssigkeiten, die austreten, zu schlucken. Unterdrücke den Würgereiz, bis du fertig bist. Esse nun auch das Fleisch und nehme dann die Pfeile zur Hand. Was du als nächstes tun musst, wird sehr schmerzhaft. Aber es muss getan werden, selbst wenn der Schmerz dich in den Wahnsinn treiben sollte. Pfeile die Kanten deiner Zähne, bis der Zahnschmelz weg ist, bis sie spitz zulaufen, wie die Zähne eines Raubtiers. Schärfe alle deine vorderen Zähne und spucke sämtliches Blut gegen den Spiegel. Das wird den Wesen, die außerhalb deiner Realität leben, beweisen, dass du bereit für den nächsten Schritt bist. Warte dann und sammle deine Kräfte. Steche dann zwei der Nadeln so in dein Gesicht, dass sie die Augenlider oben halten. Die letzte Nadel stichst du durch deine Zunge. Nun, da du gelitten hast, werden dich die Alten als würdig anerkennen und du darfst mit den finalen Schritten fortfahren. Fletsche deine frisch geschärften Zähne und sage, so deutlich du kannst, Ich hasse und ich bin der Hass. Ich habe geblutet und nun werde ich sie bluten lassen. Ich werde dem Ruf der Schatten folgen und mich am endlosen Krieg gegen die Menschheit beteiligen. Bis zu dem Tag, an dem ich sterbe. Mach mich zu dem, was andere fürchten. Mach mich zu einem Monster. Die Veränderung sollte kurz darauf eintreten. Deine Poren werden eine Flüssigkeit absondern, welche deine Gliedmaßen zusammenschweißen wird. Deine Innereien werden sich verflüssigen und sich aus jeder Körperöffnung zwängen. Auch deine Augen werden sich verflüssigen und deine Haut wird zerfasern. Danach wirst du aus der stinkenden Jauche deines alten Körpers auferstehen. Als etwas Neues. Etwas Mächtiges und Zeitloses. Und etwas sehr, sehr Beängstigendes. Ich kann nicht sagen, wie du aussehen wirst. Die Alten entscheiden über deine Form. Doch sei sicher, dass sie andere vor dir niederkauern lassen wird. Du wirst zu einem Monster und wirst dich zu deinen sonderbaren Brüdern in den dunklen Ecken dieser Welt gesellen. In den Mooren und Burgen, den Gräbern und Grabstätten. Über der Erde und in den Tiefen des Ozeans. Durch einsame Wälder streifend oder durchs Dunkel fliegend. Du wirst Schrecken verbreiten und töten. Verstümmeln und schänden. Als Teil einer Armee der Schatten. Du wirst Hass sehen und ernten. Aber sei gewarnt. Ab diesem Tag wirst du das Sonnenlicht meiden müssen. Bis zu dem Tag, an dem du getötet wirst. Und du wirst niemals zu deiner menschlichen Form zurückkehren können. Sei aber achtsam, mein Freund. Sei dir der Sache wirklich sicher. Denn wenn du fehlschlägst, werden die Alten deinen Geist in ihr Reich ziehen und deinen Körper als leere, verrottende Hülle zurücklassen. So sind sie nun mal. So sind sie nun mal. Untertitelung des ZDF, 2020